Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video, den wir sehen zum Stand an. Es ist unglaublich, wir sind bei 34.400 US-Dollar. Habe ich selber nicht gedacht, dass wir da so schnell im Endeffekt hinkommen, aber im Endeffekt unser Plan, der wie hier gestern sieht ein bisschen weitläufig aus, ist im Endeffekt genauso passiert. Wir sind nach oben gepumpt, hatten da nochmal so eine ganz ganz kurze Korrektur, aber jeder Dump wurde sofort wieder aufgekauft und wir sind nach oben geschallert und dann ging es heute Nacht bzw. in den Morgenstunden in der Spitze auf 35.200 US-Dollar. Und das könnte auch noch nicht das Ende der Fahnenstange sein, denn wir befinden uns in einer verdammt wichtigen Zone, wo sehr, sehr wenig Liquidität liegt, was uns natürlich dazu bringen könnte, dass wir im Endeffekt weiter pumpen könnten. All das werden wir uns jetzt gleich nochmal im Video anschauen, doch bevor wir starten, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe auf jeden Fall join, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Einen Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und wie gesagt, checkt meinen Handelspartner BingX ab, wenn ihr Bock habt auf, ja, im Endeffekt alles, was ich so trade, Gold, Forex, Stocks, kommt da gerne rein bzw. meldet euch da an und ihr habt weiterhin die Chance, ein Merch-Paket natürlich zu gewinnen. Also gerne bei BingX unten registrieren. So, und jetzt gehen wir aber rein in die Analyse und wir fangen an mit dem 15-Minuten-Chart. Das hat nämlich den Aspekt, ich wollte euch einfach nur nochmal ganz kurz zeigen, was wir gestern in der Analyse besprochen haben. Es sieht, lasst euch jetzt nicht so von dem Zeitverlauf hier verwirren. Wir haben gesagt, okay, dieses Top hier, das war dann dieser Bereich hier, den wir gestern besprochen haben, das nochmal zu erreichen, dann eben dieser Abverkauf, das wäre dann dieser Strich gewesen und dann eben dieser Pump und genau so ist es im Endeffekt gekommen. Wir haben den Bereich um 30.400, 30.500 US-Dollar als Support bestätigt, sind dann die ganze Zeit so ein bisschen verweilt. News-technisch war es ziemlich ruhig gestern, wir hatten keine richtigen News, bis auf gestern Abend dann mal ganz kurz und das wollte ich euch nochmal ganz kurz zeigen und zwar, dass der ETF von BlackRock mittlerweile eine eigene Nummer bekommen hat. Also das hat natürlich auch nochmal ein bisschen mehr für FOMO gesorgt und was Eugen dann auch noch in die Gruppe gepostet hat, man sieht seit Tagen, es wird immer mehr USDT zu den Börsen einerseits geschickt und es wird immer mehr USDT gedruckt und das geht seit Tagen so. Wir haben sogar negatives Funding auf den Börsen, also im Endeffekt spricht hier nichts für einen Short und es wäre auch viel, viel zu riskant, hier irgendwie in ein Short reinzugehen und versuchen hier das potenzielle Top zu erreichen. Aber wo kann uns das jetzt im Endeffekt hinführen? Wir müssen dazu sagen, es ist ultra bullish, wie dieses Breakout jetzt im Endeffekt stattgefunden hat. Wir haben diese Range, über die wir jetzt Zeit, müssen wir auch mal ganz kurz gucken, Mai 2022, wir hatten gestern das Thema bei Chainlink, Mai 2022 gibt es diese Range, diese übergeordnete Range, wo wir immer an dieser Marke von 31.800 US-Dollar durchbrochen sind. Für mich war immer der Punkt 31.800 US-Dollar, dann können wir in den Bullrun starten, wenn, und jetzt kommt das große, wenn wir einen Weekly Close darüber haben. Dann sieht das Ganze bullish aus. Das nächste Ziel, was wir jetzt erstmal haben, wir haben signifikanten Widerstand hier gebrochen, wir haben die Ineffizienz hier geschlossen. Den nächsten Punkt, den wir uns jetzt noch holen könnten, der liegt hier oben bei ungefähr 37.800 US-Dollar circa oder, ja, nicht ganz, 37.400 US-Dollar. Das ist so die nächste Range bis ungefähr 40.000 US-Dollar. Und das sind eigentlich Zahlen, die ich vermutet hätte, wenn der ETF genehmigt wird. Nachdem wir jetzt aber schon wieder diese News hatten, okay, er hat eine Nummer bekommen und sowas, bedeutet das natürlich auch, okay, da geht im Hintergrund wahrscheinlich deutlich mehr vonstatten oder die Leute wissen einfach mehr. Deswegen, shortet dieses Ding jetzt nicht irgendwie rein. Wir hatten gestern schon auf den kleineren Timefilms immer mal wieder eine Bearish Divergence, eine Bearish Divergence, ich würde es einfach sein lassen. Auch jetzt wieder 15 Minuten Bearish Divergence, aber guckt euch die Liquidität an, die hier oben liegt. Es ist viel zu riskant, hier irgendwie da jetzt noch drauf reinzugehen, oh ja, ich will jetzt aber unbedingt shorten, lasst einfach die Finger davon. Wir haben hier drüben, wenn ich das euch nochmal auf dem Daily Chart zeige, ganz, ganz wenig Liquidität. Das war damals dieser dramatische Abverkauf in Richtung 26.000 US-Dollar. Sehr, sehr wenig Liquidität in diesem Bereich. Und in diesem Bereich könnte sich der Markt jetzt ohne Probleme locker füllen. Das heißt 37.300 bis 40.000 US-Dollar sind kurzfristig drin. Ist das der Startschuss für den Bullrun? Ich wäre damit vorsichtig. Wir brauchen mindestens, und das gehe ich jetzt nochmal ganz kurz auf den Weekly, ist ungewohnt für so ein Video, sage ich mal unter der Woche. Wir brauchen für einen perfekten Weekly Close mindestens einen Close über 30.600 US-Dollar. Besser wäre es meiner Meinung nach sogar über 32.400 US-Dollar. Dann können wir uns wirklich darüber Gedanken machen, dass ein Bullrun startet. Vorher einfach vorsichtig sein. Wir hatten jetzt ein schönes Breakout. Es kann jederzeit irgendeine Fat-News kommen, dass sich Gänzler hinstellt und sagt, der ETF wird nicht kommen erst einmal. Wartet einfach ab. Aber wie gesagt, das sind jetzt erstmal so grob die Preiszählen. Ihr seht es hier jetzt auch auf dem 4-Stunden-Timefilm. Das Volumen ist geisteskrank hoch auf den Börsen. Also irgendwie jetzt da einen Top reinzuwischen. Wenn ihr es schafft, Glückwunsch, Top, Respekt. Aber lasst die Finger einfach davon. Und only long momentan. Irgendwie momentan kannst du da blind reinloggen. Es macht keinen Sinn. Und wie gesagt, nächster Step. Wir könnten vielleicht nochmal eine kleine Kapitulation hier bekommen bei 35.787. Da ist nochmal ein kleines FIP-Level des 0.382 von dieser Gesamtbewegung, vom All-Time-High raus. Glaube ich aber nicht, dass sich der Kurs hier von abhalten wird. Das heißt, die nächsten Ziele sind jetzt hier auf jeden Fall, wie gesagt, 35.900, 800 grob oder 37.300 bis ungefähr 40k. Das sind die Ziele, die ich mir gut vorstellen könnte. Wenn dann eine Kapitulation kommt in Richtung 30.000, wäre das sogar bullisch. Und dann hätten wir im Endeffekt den Fahrplan, den wir letzte Woche im Livestream drüber besprochen haben, 1 zu 1 genauso gemacht. Ja, ansonsten Long-Position. Wenn man noch irgendwie eine Long-Position aufmachen will, ich würde es nicht in solche geisteskranken Candles machen. Also ihr seht hier auf dem 1-Stunden-Timeframe, wir haben wenig Support-Zone. Und wenn, die werden sofort wieder aufgekauft. Ansonsten für mich jetzt erst einmal wäre ein möglicher Bereich die 31.800 US-Dollar. Oh, da kommen wir wieder genau an den Punkt, 31.800 US-Dollar. Da sieht man auch, dass eine Menge Shorts liquidiert wurden in diesem Punkt. Es ging impulsiv nach oben. War klar, die 31.800, das war diese Linie, die ich schon seit im Endeffekt einem Jahr oder eineinhalb Jahren immer wieder gesagt habe. Wir machen doch nochmal die blaue Linie da rein. Also das wäre ein Punkt, wo ich mir vorstellen könnte, okay, da können wir nochmal hin. Mit einem FIP-Level ziehen wir auch mal dazu. Würde sogar mit 0.786er übereinstimmen. Also das sind jetzt die Zonen. Sollten wir natürlich weiterpumpen, macht das ganze Ding keinen Sinn. Aber ich sage jetzt mal, die 31.800 wäre ein schöner neuer Long-Entry, den ich mir sehr, sehr gut vorstellen könnte. Ansonsten, wenn ihr Long seid, top. Wenn ihr Short seid, viel, viel Glück. Ich würde es auf keinen Fall machen. Und jetzt gehen wir nochmal ganz kurz rüber zu Ethereum. Hier im Endeffekt das Gleiche auch. Wir haben einen impulsiven Move. Wir haben es sogar über die Ineffizienz das erste Mal geschafft. Hat das Ziel sogar ein bisschen überschritten. Erst einmal, wir haben auch keinen Retest mehr bekommen. Aber auch hier, gleiches Spiel. Ich würde warten, dass wir hier möglicherweise nochmal ein Retracement sehen nach unten hin. Bis eben unsere grüne Kaufbox hier unten getriggert wird bei ungefähr 1.718. Und dann im Endeffekt nächster Pump. Könnte wirklich sein in Richtung 1.984 bis ungefähr, ich sage jetzt mal, 2.000 US-Dollar. Es ist drin, wenn Bitcoin sich wirklich die 40k holen möchte. Aber spätestens dann bei 40k rechne ich mit einer kompletten Kapitulation und dass wir kompletten Abverkauf sehen werden. Altcoins natürlich auch komplett juicy. Ich glaube, die werden sich jetzt alle nochmal ordentlich, ordentlich nach oben hin verziehen. In den nächsten Stunden, sobald Bitcoin ein bisschen konsolidiert, wird hier wahrscheinlich eine fette Altcoin-Season erst einmal starten. Ja, ansonsten gibt es von meiner Seite aus erst einmal nichts mehr zu sagen. Die Stockmärkte relativ noch hinten dran, muss man schon dazu sagen. Also wir hatten hier nochmal einen leichteren Abverkauf. Aber alles nicht so schlimm. Long Position laufen, da haben wir drüber gesprochen. Also da Glückwunsch. Ich würde es bei NDX, würde ich mal ein Take Profit 1 nehmen. Und beim S&P 500 auch an eurer Stelle. Ansonsten tut sich derzeit relativ wenig. Ich würde sagen, heute Abend vielleicht ein kleines News-Update. Schauen wir mal, ob da noch irgendwas kommt. Und ansonsten Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und einen verdammt erfolgreichen Tag wünsche ich euch da draußen. Hoffen wir, dass Bitcoin so stabil bleibt. Und dann hören wir uns später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer. Stay cool.